Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung über YouTube, Kanalname, die Tolpasch, Abonnenten, 430 Abonnenten, Kanal gegründet am 12.06.2019, ich finde diesen Kanal, das ist sehr interessant, ich glaube, das macht Musik, ist das Glauben, das ist das echte Wahnsinn, was du kannst, bitte weiterhin diesen Kanal abonnieren, das sehr interessant ist, so aussieht, dass Rapper ist, oder Musik zu tun ist, oder Unterhaltung, das ist echt interessant, ein vorlauter Mensch, aber sage ich auch gar nicht, dass aktuell ist, ein Krieg von diesem Mensch, lieb und nett ist, und nicht so vorlaut ist, aber von YouTube-Welt, das stellt immer von Stimmenbeispiel, und die machen das auch, stell dir Stimme, Schatz, hol mal bitte Bierbeispiel, oder was anderes ist, oder Schatz, hol mal bitte an, nur zum Beispiel, so dreh rum, alle coole Leute, meine Meinung, des Halbstackers sind, aber, seine Kanal, man will immer cool sein, ich will eigentlich selbst, eigentlich auch, aber, ich rede meiner Meinung, und bleibe ich, mein Gefühl, was mich gesagt hat, sage ich auch von meiner Meinung, aber, dieser nächste Kanal, die Popash, die Popash, kann ich gerne abonnieren, das brauchen auch mehr, das gerade besitzt 430 Abonnenten, das brauchen das, das ist meine Meinung, kann ich gerne, der Popash, der Popash, kann ich gerne abonnieren, und kann gerne von euch, mir auch abonnieren, mein Kanal heißt den Fußballfreundi, lieber der Popash, kann gerne meinen Kanal weitersagen, mein Kanal heißt den Fußballfreundi, und ich werde deinen Kanal auch weitersagen, und weitergeben, weitergeben, weiter sagen, seine YouTube reinkommen kann, und seinen Kanal abonnieren, das ist meine Meinung, viel Spaß von diesem Video.